Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so ein Fliesenprofil verlegen und somit natürlich auch die Schienen richtig an solchen Fliesenaußenecken richtig anbringen kann. Wenn du Bock da hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich schon mit den Wandfliesen verlegen begonnen und jetzt geht es mal darum, dass wir natürlich auch noch unsere Außenecken sauber hinbekommen. Ich persönlich finde es nicht so schön, wenn meine Fliesen hier außen einfach stumpf auf stumpf aneinander stehen. Das ist natürlich auch immer Geschmackssache, aber bei mir zu Hause habe ich mich auch für solche speziellen Fliesenschienen entschieden und das Ganze kann man hier aus, nämlich auch noch mit so einem speziellen Eckteil abschließen. Zuerst einmal müssen wir die richtige Länge von unserer Fliesenschiene herausfinden. Hierfür muss ich das Ganze bei mir jetzt von der Wand hier hinten bis zur Innenkante von meiner Fliesenschiene messen. Ich setze also mal meinen Meterstab an, halte mit der anderen Hand natürlich eine Fliesenschiene noch hin und bei mir kommt genau 13,8 cm raus. Da wir übrigens hier hinten bei der Wand noch eine kleine Dehnungsfuge einhalten sollten und das Ganze eh später unter Silikon verschwindet, werde ich meine Fliesenschiene also auf 13,5 cm herschneiden. Hierfür habe ich mir schon mal eine Markierung mit einem Bleistift gemacht und ich könnte das Ganze jetzt mit einer Eisensäge und einer Gärungslade hersägen, dass es natürlich auch schön im 90 Grad Winkel ist. Ich persönlich benutze aber hierfür jetzt einfach einen Winkelschleifer und hierbei ist natürlich ganz wichtig, dass wir jetzt auf jeden Fall die Drehzahl mal so weit runter wie nur möglich drehen, da sich sonst hier einfach sehr hohe Temperatur bilden und das Ganze am Ende sich sogar verfärben und auch verbiegen könnte. Bevor wir beginnen unbedingt Gehörschutz und natürlich auch eine Schutzbrille anziehen. Wenn die Stücke passen, entstandene Grat am besten noch mit einer Eisenpfeile ganz einfach abfeilen. Bevor ich es vergesse, meine Schienen sind aus Edelstahl, weswegen ich mit dem Winkelschleifer auch nur mit ganz wenig Druck durchschneiden konnte und wenn du natürlich welche aus Alu oder Kunststoff verwendest, schaut das Ganze schon deutlich einfacher aus. Und jetzt geht es mal darum, dass wir unseren Fliesenkleber am besten, wie bei den Wandfliesen auch mit einer 10er Zahnkelle hier ordentlich aufsetzen, wo wir anschließend natürlich auch die Schiene einbringen können. Im nächsten Schritt können wir unsere Fliesenschiene auch schon dementsprechend mal in den Fliesenkleber hineingeben und ich persönlich lege mir da gerne auch immer noch mal eine weitere Fliese hier zurecht, schaue, dass das Ganze jetzt nämlich natürlich auch schon dementsprechend in etwas sitzt, weswegen ich mit meiner Fliesenschiene einfach noch etwas höher gehe, da natürlich auch unter diese Fliese später noch Fliesenkleber drunter kommt. Das selbe Spiel mache ich natürlich für meine senkrechte Fliesenschiene auch, nur, dass ich hier jetzt schon mal etwas Fliesenkleber auf zum Beispiel einen flachen Schraubendreher draufgebe, das Ganze hier oben etwas einbringen, denn nun kann ich auch schon mein Eckteil dementsprechend von oben richtig rum in diese Fliesenschiene bündig hineingeben. Gerne auch regelmäßig mit einer Wasserwaage nachkontrollieren und natürlich können wir auch dementsprechend hier oben mal unsere Fliesenschiene noch etwas weiter nach vorne geben, dass es hier vorne auch auf jeden Fall jetzt schon eine saubere Ecke ergibt. Beim letzten Stück gehen wir natürlich genauso vor und vielleicht ist es jetzt schon wem aufgefallen. Ich habe nämlich bei diesem Fliesenschienenstück noch hier hinten diese Befestigung rausgeschnitten. Das hat einfach den Sinn, dass natürlich zwei solche Befestigungen nicht übereinander liegen sollten, da sonst der Abstand hier auch nicht wirklich optimal ist. Die Schienen passen grob und jetzt bitte noch mal vollflächig mit Fliesenkleber über unsere Befestigung drüber gehen, was wir danach dann natürlich auch noch mal mit der Zahnung richtig abziehen können. Bei mir hat es sich noch mal leicht verschoben, was nicht wirklich schlimm ist, weswegen ich das Ganze jetzt einfach wieder mal dementsprechend ausrichte. Und wir können wie in einem extra Video schon gezeigt unsere Wandfliesen mal weiter verlegen. Wichtig ist jetzt eigentlich nur, dass wir gleich danach am besten noch mit einem Schwarm die ganzen Fliesenkleberreste von unseren Schienen vorsichtig herunterbringen und natürlich auch einen kleinen Spalt zu den Fliesenschienen überlassen. Und somit haben wir solche auch schon dementsprechend richtig angebracht. Wenn du dir für zu Hause solche Fliesenschienen, Eckteile oder natürlich auch eine Gärungslade zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst dir zu den Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.